Der Frühling ist da, passend zum Weltfrauentag. Wussten uns eigentlich alle Frauen, dass heute Weltfrauentag ist? Ja, ne? Wir wissen ja auch, wenn Welt-Aerosmith-Tag ist. Nämlich heute, rein zufällig. Schön, dass wir diese zwei große Ereignisse zusammentreffen. Und rein zufällig haben wir uns auch was überlegt dazu. Ein paar Songs. Und ich würde sagen, noch einen Schluck und dann geht's auch schon weiter, mein lieber Mann. Ich würde sagen, und dann geht's auch schon weiter, mein lieber Mann. Und dann geht's auch schon weiter, mein lieber Mann. Und dann geht's auch schon weiter, mein lieber Mann. Und dann geht's auch schon weiter, mein lieber Mann. Und dann geht's auch schon weiter, mein lieber Mann. Und dann geht's auch schon weiter. Blood of Nine Lives.